In diesem Video lernen Sie, vertrauensvoll loszulassen und doch von Kraft erfüllt zu werden. Nur wer loslassen kann, kann sich vorbehaltlos freuen über das, was kommt. Stellen Sie sich aufrecht und locker hin, spüren Sie so in Ihren Körper hinein, dass es sich angenehm und leicht anfühlt und von alleine gerade richtet. Greifen Sie mit Ihren Händen nach oben und spüren Sie so in Ihre Finger hinein, dass, wenn Sie sie auseinanderziehen, Sie das Gefühl haben, Sie ziehen oben einen Vorhang auf, sodass oben am Himmel die Sterne sichtbar werden. Wenn Sie nicht mit den Augen, sondern nur innerlich nach oben schauen und Ihren Körper dabei spüren, sollten Sie trotzdem einen guten Kontakt zum Boden behalten. Lassen Sie dann die Arme aus der geweihten Stellung links und rechts abfließen und haben Sie das Gefühl, als würden die ganzen Sterne mit herunter kommen. Gessen Sie knifeln Sie Dropset. 每 fünf Minuten Genon candeico aus den gesamten Teil accounting Fragen Kleinen Seite 9 bis 14 3 5 6 6 7 8 the 8 § 6 9 9 9 9 10 10 10. 08 10 11 11 11 11 11 1 Spüren Sie beim Abströmen Ihren Hinterraum. Spüren Sie die Nieren und öffnen Sie diesen Bereich nach hinten. Entspannen Sie Ihr Zwerchfüll und strömen Sie weiter hinunter in die Erde hinein. Spüren Sie die Nieren und öffnen Sie den Bereich nach hinten. Spüren Sie innerlich mit hinunter gehen. Zwerchfell entspannen, Beckenboden entspannen, knielösen Fußsohlen spüren. Dann können Sie tief in die Erde hinunterströmen. Drinnen und Brin waren Sie die Nieren. In wenn man geht's, die Erde eine Ungehef wie durch die Erde jetzt. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass, als ich versucht habe, in die Tiefe zu strömen, mein Körper sich schon wieder leicht aufgerichtet hat. Das können Sie so machen, dass Sie nach dem Runterströmen diesen Aufstrom innerlich erleben, bis in seine Wirkung im Herzen oder Sie machen mit den Händen mit und lassen diese im Aufstrom mit nach oben steigen. Und wahrscheinlich werden Sie merken, dass dieser Strom im Herzen nicht zur Ruhe kommt, sondern dass diese Fülle sich nach vorne in die Welt ergießen will. Machen wir den ganzen Ablauf noch einmal. Oben durch die Finger strahlen und weit über Ihnen den Himmel öffnen, sich ganz mit diesem Raum verbinden, den Körper spüren, Kontakt zum Boden, den Hinterraum füllen, abströmen, den Bereich der Nieren spüren, den Raum nach hinten öffnen, das Zwerchverlösen hinunterströmen, bis in die Erde, dazu auch den Beckenboden aufmachen, die Fußsohlen, etwas warten, bis der Rückstrom einsetzt, spüren, wie das Herz sich erfüllt und die Fülle sich nach vorne ergießt. Die Lunge atmet erfrischt und kräftig durch und der ganze Körper fühlt sich gestärkt. Im Prinzip ist in diesem Ur-A die Aussage des Meditationswortes Tao enthalten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!